Wir sind heute so eitel geworden. Wenn Sie denken, ein Basketball ist groß, dann denken Sie noch mal nach. Der Kopf ist noch größer. Eitelkeit. Stolz. David hat gemerkt, ich habe gegen Gott gesündigt. Sein Befehlshaber, der Joab, hatte versucht, ihm das auszureden. Das ist doch nicht nötig, alle die Soldaten zu zählen. Aber David hat es trotzdem durchgeführt. Jetzt bekennt er, ich habe es sehr töricht gehandelt. Oh ja. Bei vielen unserer Dinge, die wir tun, bei vielen unserer Gedanken, können wir so töricht sein. Wenn der Herr Jesus Christus vom Herzen spricht, welches ist die letzte Sünde, die er erwähnt? Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Habsucht, Lästerung, Lüsternheit, Stolz, Torheit, Torheit, Irgendein Götze wird uns plötzlich so wichtig, und wir kennen die Zukunft nicht. Gott weiß am Anfang schon, wie es ausgehen wird. Was müssen Sie tun? Sie müssen Ihre Zukunft in Gottes Hand legen. Nein! Wir legen unsere Zukunft in die Hände des Fleisches. Was sagt Jesus? Was sagt Jesus? Das Fleisch ist nichts Nütze. Nichts Nütze. Jesus sagt, das ist Null, nichts. Auf was verlassen wir uns? Auf das Fleisch. Auf was schauen unsere Augen? Was denken wir im Kopf? Was wählen wir? Was attraktiv ist für das Fleisch? Wozu uns die Lüste unseres Fleisches treiben? Und Jesus sagt, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch rede, die sind Geist und sie sind Leben. Leben. Ich weiß nicht, wie weit Sie Ihr Herz mit Gottes Wort füllen. Oh, meine Freunde, Sie werden mit Gottes Leben erfüllt werden. Das ist eine positive Handlung. Als David begann, Buße zu tun, Vers 11, als David am Morgen aufstand, kam das Wort des Herrn zu Gott, dem Propheten. Geh hin und rede mit David, so spricht der Herr. Dreierlei lege ich dir vor, erwähle dir eins davon, dass ich es dir tue. Gott kam zu David und sagte es ihm an und sprach zu ihm, Willst du, dass drei Jahre lang Hungersnot in dein Land kommt? Oder dass du drei Monate vor deinen Widersachern fliehen musst? Oder dass drei Tage Pest in deinem Lande ist? So bedenke nun wohl, was ich antworten soll dem, der mich gesandt hat. David sprach, Es ist mir sehr Angst, aber lass uns in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß. Ich will nicht in der Menschenhand fallen. Da ließ der Herr die Pest über Israel kommen, von morgen an bis zur bestimmten Zeit, und von dem Volk starben 70.000 Mann. David, 17. Vers 17. David sprach zum Herrn, als er den Engel sah, der das Volk schlug, Siehe, ich habe gesündigt. Ich habe die Missetat getan. Was haben diese Schafe getan? Was haben sie getan? Lass deine Hand gegen mich und meines Vaters Haus sein. Das ist eine große Haltung. Freunde, wir denken, dass manche unserer geheimen Sünden keine Auswirkungen haben. Aber wenn man gegen Gott sündigt, wird man nicht nur kraftlos, sondern man verbreitet Gift in seiner Umgebung. Und auch, back in 1934, als Mussolini sich entschloss, die Leute von Äthiopien vergasen zu lassen und Äthiopien einzunehmen, da haben andere Völker sich entschlossen, still zu sein. Was? Wenn Giftgas eingesetzt wird gegen hilflose Menschen, dann mache ich einen Pakt mit einem faschistischen Diktator, dass ich mich nicht einmischen werde. Diese Welt ist so verrückt geworden. Das Wort Berserk kommt von Berserkers, das Wort Berserk kommt von Berserkers, das sind die alten Einwanderer, Eroberer von Europa. Wir sind zu Berserk geworden. Wir können nicht unterscheiden zwischen richtig und falsch. Bleibe ich still, wenn mein Bruder vergast wird? Der mag gelb oder blau oder violett sein, Aber ein Christentum, das keinen Mut hat, das ist kein Christentum. Ein Christentum, das stillschweigend über dem Bösen zustimmt, Das ist ein Verbrechen. Das übertritt das Gesetz. Es begeht ein Verbrechen. Oh, es ist schade, es ist schade. Das ist sehr traurig. Was haben die Leute getan? Es ist meine Sünde. Es ist meine Sünde. Ich bitte dich, sei gegen mich und gegen mein Haus. Ich verdiene das Gericht. Meine Lieben, wir verdienen das Gericht. Warum? Wir haben die Möglichkeit, die gute Notbotschaft jeder Kreatur zu bringen, aber wir haben es noch nicht getan. Wir sagen, wir haben zu viel zu tun. Mit was haben wir zu viel zu tun? Wir müssen Geld verdienen. Beschäftigt mit was? Wir müssen es uns besser gehen lassen. Ich muss zuschauen, wie mein Kontostand sich erhöht, wie mein Besitz zunimmt. Ist das alles, was wir auf Erden zu tun haben? Dann packen wir all die Banknoten in einen Koffer. Wir finden einen Koffer, der sich nicht entzünden lässt, feuersicher ist. Denn da, wo wir hingehen, wird es viel Feuer geben. Warum sollte diese Welt in einem so wüsten Zustand sein? Ich bin in den Pfandjab. Pfandjab ist supposed to be, you know, up north, very close to Kashmir, Ich bin in den Pfandjab gereist. Pfandjab liegt im Norden von Indien, in der Nähe von Pakistan. Und die Leute sagten, die Frauen hier leiden. Was? Warum leiden die Frauen? Die jungen Männer kommen aus Deutschland, Amerika, England. Sie heiraten diese schönen Frauen. Dann nehmen sie sie mit in diese Länder. Dann vergessen sie diese Frauen. Oder sie heiraten eine andere. Hier gibt es viele solche Frauen. Ich sagte, was? Und dann, you know, I saw a kind of religious enthusiasm in those parts. In diesen Gegenden sah ich einen gewissen religiösen Enthusiasmus. ganz in der Nähe ganz in der Nähe vom goldenen Tempel der Sikhs. Die Sikhs haben ja so einen langen Bart. und dann, die Kontrolle sind die Leute und die Frauen. Vielen Dank.